Mädels! Alles cool hier? Vivi? Tina? Ja, da sind sie wieder. Aus gegebenem Anlass. Der auch noch. Und diesmal wird's wild. Papis? Määääh! Hast du ein Problem? Nee. Alexander, was ist hier los? Was ist denn das für ein Toberbo? Halt dich mal gut fest! Hör mal, Andreas! Los, Sabrina! Oh! 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 Sie ist versprochen, Geldgeflösser. Muss empfinden. Da stimmt doch irgendwas nicht. Der verheimlicht uns doch was. Hast du diese Leute alle mitgebracht? Ja. Es sind doch viel zu viele. Wir haben ein Closed-House. Herr Trumpf! Wir arbeiten hier nach einem Plan. Ja, niemand baut Mauern besser als ich. Ich bin Mädchen. Das hab ich mir schon gedacht. Was machen wir mit ihr dann, wenn wir sie haben? Kofferdruck! Was? Die neusten Sneakers am Fuß, am Brilli am Oh. Tickets für WM. Muss ich haben. Eine SUV, mit der ich durch die Straßencloose alle Bräute machen. Muss ich haben. 3D-Flat screen, größer als ein Bus. Und meinen eigenen Fußball-Club. Muss ich haben. Muss ich haben. Muss ich haben. Es ist Nachtruhe! Das ist so ein Spießer. Das hab ich gehört, Alexander. Das ist Musik, Musik. Wie wie, was soll man jetzt machen? Macht mal halblang, nicht von Hexen. Sie sind nicht mehr Herr hier in ihrem eigenen Haus. Wir schaffen das! Bitte? Yes, Weekend! Ach, ich kümmere mich in Plan B. Was für ein Plan B? Alles ist Musik. Alles ist Musik. Alles ist, was man trifft. Ah! Tina! Hier kann man nicht einmal einen entspannten Sommer haben. Bibi und Tina. Tohu wabohu total. Man sieht sich. Sooner oder later. Im Februar im Kino. Und dann ist Schluss. Ist so. Los Wassers. Euer Christian. Du hast mirа wie gut. Nations von der Maesthet. Und dannいきödie. Die Maesthet. Das ist eine komplette. Das ist das Wachs. Ich bin dann aber deutlich. Dinosaurant. Die Maesthet.